Ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ich habe Angst, Harry. Du solltest lieber zur Polizei gehen. Ich war schon längst bei der Polizei. Ihr Schweine! Halt er sich an! Mr. Harry Brown, Polizei. Es tut mir leid, Mr. Brown. Mr. Atwell ist tot. Er wurde in der Fußgängerunterführung gefunden. Ich verhafte Sie wegen Mordverdacht. Ich weiß von nichts. Kein Kommentar. Verklagt mich, ihr Wichser. Wenn nicht, könnt ihr mich jetzt wohl gehen lassen. Die haben ihn chikaniert. Er war schon bei der Polizei. Und was war? Nichts. Ja, mit einer Cola, Mann. Heutzutage muss man sich wehren können auf der Straße. Ich würde gerne ein Geschäft abschließen. Ich will eine Waffe. Geht es ihr gut? Vielleicht sollten wir sie in ein Krankenhaus bringen. Sie ist meine Angelegenheit. Ich glaube, Mr. Harry Brown ist nicht der Zeuge. Ich halte ihn für unseren Hauptverdächtigen. Er war bei den Royal Marines in Nordirland stationiert. Erzähl mir, was in dem Tunnel passiert ist. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Das ist der Mann, den du und deine Freunde umgebracht haben. Wenn Sie mich fragen, tut uns Harry Brown ein Riesengefall. Für die Verdausel ist es nur unterhaltsam. So was passiert, wenn man seine Waffe nicht ordentlich pflegt? So was passiert. Vielen Dank.